Na mein Freund ist mir nix geworden oh shit oh shit Au, oh das habe ich jetzt falsch eingeschätzt, sorry Warleg 38 Gotter Schuss Danke, 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 Danke 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 Gotter Schuss Wow, du hast ihn wirklich, du hast ihn sowas von Wow Was ist los mit dir da hinten? Alter, du musst mal hintergucken, zu mir Ach scheiße, das ist mir nicht Der Typ ist geradeaus durchgefahren und wollte mich rammen und ich bin einfach hochgesprungen Ja, die im Chat, die haben sie ja gesehen wie toll ich ausgewichen bin vor dieser tickende Zeitbombe Oh, tut mir leid, das war mein Fehler Ah, hab ich Hast du Nicht mehr Sehr schön Wow, alter, der spinnt mich einfach Ich glaube, der spitt Ja, nein Ja Ja Nee, 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 nee War, baumi Der war, das war jetzt aber lucky, lucky one, alter Naja, war bei Lucky Strike, alter Was heißt mir lucky, der war sauber Eine Bombe Ich brauche nicht mehr als eine Insel im Meer Ich brauche nicht mehr als eine Insel im Meer Nein, nein, nein Ich lebe in der Muschel Jeden Abend kommen die kleinen Kripser zu mir Kuscheln Das ist mein Lied, wenn ich mal auf einer einsamen Insel bin Echt? Ja Weißt gar nicht, woher Wir haben Spaß die ganze Zeit Mein bester Freund ist der kleine Hammer Hi Ich dachte, das wäre so ein Lied für dich, wenn die Zombie über Kripser ausbricht Ja, genau Ich auf einer einzelnen Insel Werde ich jetzt so eingeschätzt Oh, jetzt habe ich es aber saumäßig versaut Saumäßig 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 versaut Ja, das ist aber richtig gescheit versaut, gell Ich habe herausgefunden, bayerisch ist die einzigste Sprache, in der du selbst wenn du besoffen bist Immer noch genau so klingst wie vorher Ist aber absolut richtig Du hast nur getrunken Nix Ja, du hörst dir auch, gell Ja, oder Oh, ja, genau, das war und zum Schluss gibt es noch ein Kuss, ne? Das war Schluss, jetzt ist so ein Schluss Ich kann es dir mal, ich kann es dir mal speziell für die Leute Ah, schade, jetzt sind wir gerade von 6 auf 4 wieder runtergegangen Weil die hätten das jetzt bestimmt gerne gehört Aber wer jetzt exklusiv da ist, der darf jetzt mithören, oder? Willst du es laufen lassen als Soundtrack-Mucke? Plus gerade ist es ein bisschen schwierig Ach komm, ich Wenn wir führen, dann mache ich es mal an Okay, wenn wir führen mit zwei Toren Jetzt leckst du es leider bei mir gerade ein bisschen Hm, ich liebe lecken Bitte was? Wer es feucht macht, muss es auch weglecken, mein Freund Richtig Ne, man kann ja auch mal ein sexuelles Thema aufgreifen, ganz ehrlich Ähm, mich würde mal interess... Wow Mich würde mal interessieren, wer von euch, wenn Jungs hier gerade... Ich glaube, wir sind wieder so ein Mädchen-Channel Ich glaube, wir haben nur Mädchen Da Meinst du? Nein, Entschuldigung Frauen Das ist Mädchen, das ist für die Beleidigung eigentlich Gut gerettet, LeTri Gut gerettet Danke, danke Oh, shit, shit, shit Oh Das wird nichts mit dem Lied Das wird nichts mit dem Lied Weil Wildfire burns Ich mache es trotzdem mal an Wir können mal sagen, wer gerade zuhört Wer will, möchte mal das Rap-Lied, was demnächst auf unserem Kanal erscheinen wird Trotzdem schon mal vorab als Preview In schlechter Qualität hören Der kann es gerne machen So, als wenn du es noch voll fett abmischt Das bleibt genauso, wie es ist Richtig Das ist genauso wie... Alter, krass Das ist genauso wie damals, wo ich im Studio aufgenommen habe und hatte dann die Tracks Die sind dann immer Demo-Tracks Und wenn das Album rauskommt, habe ich einfach das Demo hinten rausgenommen Aus der Textdatei, also aus der MP3-Datei Boah, Alter, ist das eine linke Nummer? Ja, ist doch scheißegal, das weiß doch bloß ich Das geht doch keiner mit Ich kenne doch keine die Demos Boah, der war so schön Der war so schön einfach Lass mal hören Let's do this Okay, dann hau ich's mal raus Das ist ja voll Hot shit Die meinen wahrscheinlich Schlechte Qualität in dem Punkt, weil ich einfach grad Überhättetlos zu hören bin Ich kenne doch nur ein Mal ein Mal ein Mal ein Mal Das klingt so scheiß, Alter Das ist jaüz Das ist jaciller Ich kenne doch nur ein Mal ein Mal ein Mal Das ist ja photons Was willst du denn mit Forrest, du kleiner Lauf Merkst du wie sie moe haucht Wenn der sagt er dich misbraucht Dein Haus ist weg Dass lang sie sofort im Kauf Doch einem Lacken dich Also lauf Forrest, lauf Du hast mich geschaut Ich bin der der waut Doch vergiss nicht, ich bin der der den Tanki verhaut Sie ist einiges ausschethisch Du warst nicht am Start, doch in PT treten wir doch beide am Rad. Okay, ich gebe zu, ich bin hier eingeschissen. Aber Trigger, ich hab dabei doch genauso den Essen. Mein Bachelor wäre es als bei Wien. Boah, Alter. Doch dein Geschenk von mir war Pippi in der Hose. Wow, gut. Ach, dass ich nach Verrückung sein. Sorry. Ich werde diesen Spiel einfach kacke. Doch was ändert vom Beat, was du noch nicht verkamst. Weil ich Gerrush bin, hattest du die Gefrode in der Hand. Bei Rocket League habe ich vielleicht verloren. Doch beim nächsten Mal wird auch so ein satzwarmer Ohren. Dass ich mich schon wieder ziehe, es mir schreie, klingt. Denn beim nächsten One-of-One, wirst du, ja, es singt. Auf diesem Grund, dass du mich in Richtung zu singen. Denn beim Duel-Zuge, den du etwas bringen sollst du ja ab Monsterhandeln. Und du fachst mir da, weil du bist du da lang. Warum spielen wir denn nichts? Einfach nur... Und wir kriegen uns nicht. Weil das jedes Kind schafft. Da brauchen wir noch niedlich. Zu wenig Gefahr. Doch jetzt hast du ja von mir. Und Klappst du aus dem Grab? Was war es so ein? Was war es so ein? Alter, das klang so schlecht. Einfach weil der Bass so krass übertrieben ist, Alter. Ist aber rausgenommen, das ist der Schock, ja. Echt? Dann klingt das Lied einfach nur noch scheiße. Dann kannst du keine Ausreden mehr. Nee, ich hab's gerade zu laut gehabt und ich konnte nicht runterstehen, weil ich immer noch am Spielen bin. Kannst du nicht runterkommen? Alles klar. Alter, nein! Ja, meine ich. Voll gerettetet. Los, los, komm! Alter, die Wichser. Boah, das wird ne Klappe Kisse, du. Ja, die sind echt, die sind richtig stark, muss ich sagen. Was krass ist, das könnte das erste Match sein, wo wir heute verlieren, Alter. Ja, das mal, das mal zu hören, nach dem ersten Spiel, ist richtig geil. Los, Barbie, los. Sonst ziehen sie immer nach dem ersten Spiel schon. Das könnte das erste Spiel sein, was wir heute nicht verlieren. Das stimmt allerdings. So nach 100 Spielen. Uah, los! Nein! Ah, Alter, ich glaub, das war's. Danke, danke, danke. Jetzt müssen wir hier aber mal wieder den Teufelszwei auspacken, würde ich sagen. Wieder war's. Ja, halt gut spielen, meine ich. Natürlich. Meine Hände sind schon ganz feucht. Ich war hin. Ich glaub, wenn ich mich konzentriere, spiel ich generell schlechter, als wenn ich irgendwie mit dummen Geschwätz abgelenkt bin. Jetzt allerdings hatte ich hier oben eine, meine, meine. Ja, das war... Jawohl. Danke, danke, danke. Echt nice. Danke, danke, danke. Danke. Immer sehr, sehr knapp. Nein! Oh ja. Schreibt der andere. Also 1,10 ist schon ziemlich knapp. Danke. Naja, zwei Tore, ich bitte dich. Ich bitte dich zurück. Alter. Oh, halt ich nur einen Boost gehabt, ey. Noch so nach vorne. Was machen denn die, was machen denn die, die formieren Milch? Passt so, passt so, passt so, passt so. Okay. Jetzt haben sie sich wieder gefangen. Ja, Wuschel, los. Wuschel, go, Wuschel, go. Finger in den Punkt. Nein, es tut mir leid. Oh, es tut mir nochmal leid. Kein Ding. Oh Gott. Nein, oder? Alter. Nein. Nicht im Ernst. Oh, wie krass. Boah, wir haben nur noch null Zuschauer jetzt. Verarscht. Jetzt hatte ich das jetzt so gekränkt, oder was? Oder schaust du nach? Nö. Nur so eine Taktik überlegen, wie wir es jetzt so machen könnten. Ja, einfach drei Tore schießen am besten. Das wäre das coolste. Das wäre die coolste Taktik. Wir ranken jetzt nämlich voll runter, Alter. Nein, stimmt. Das sind Rank-Spieler, der hältst. Aber nochmal ein Tor schießen. Und. Nein. Ich komme. Nochmal. Der lieben Kacke. Nein. Jetzt ich. Jetzt er. Jeder darf mal ran. Juhu. Teilnehmer Spaß. Du-du-du-du-du-du-du. Oh, Mann. Stütze, wir haben gleich geschrieben. Bei. Zu schlecht. Oh, komm. Nachdem wir erstmal vier Spiele gewonnen haben, oder so. Späßle, hat sie geschrieben. Späßle, ja. Späßle. Little Späßle. Ja, ich mache auch nicht mal so lange. Ich würde sagen. Kein Deutsch. Ich würde sagen, nicht mal so lange. Also halb zwölf, sowas. Hm? Was meint ihr? Halb zwölf klingt gut. Müsst ihr nicht auch alle mal schlafen gehen, oder so? Nein. Alle, außer die, die krank sind. Ach ja, scheiße. Es ist ja Freitagabend. Wir haben ja alle Zeit. Anscheinend. Und ich darf morgen gleich durch, aber in hier. Und dann kommt der Wuschel zu mir. Geht's rund? Mhm. Wieder was? Ja, geht's rund, habe ich gesagt. Zum Umblitz. Nein. Nein. Nein, um Gottes Willen. Alter, sagt doch was. Kein Stress. Sag was. Hallo. Ah, mein Lieb. Ein Millimeter verkackt gerade. Ich war bewusst. Ich war bewusst. Okay, die sind schon wieder beschlechter. Die sind viel beschlechter. Viel beschlechter als vorher. Du hast, ich bin männlich, du hast ein anderes Beschlecht wie ich. Alter, was ist denn los mit dir? Alle. Was ist los mit euch allen? I'm feeling drunk in here. I get out all my clothes. Oh, I'm feeling so drunk. I'm gonna get my clothes off. Alter. Wuch. Ja, was, was war das? Alter, die bumpsen sich immer gegenseitig die ganze Zeit. So wie wir gerade. Oh nein. Okay, ich schalte mal wieder einen Gang zurück und dann läuft das auch. Weil dann komme ich nicht so in die Quelle. Natürlich. Vermalideit, jo. Vermalideit, jo. Alter, der... Oh, Gott sei Dank. Wee! Was ist denn, Schnitzel-Tee, warum hast du jetzt einen traurigen Smiley gemacht? Weil wir aufhören, oder was? Wir zocken schon noch ein bisschen. Das hast du jetzt einfach so entschieden, äh, so entschieden. Du hast mich gestern schon vom Schlafen abgehalten, Alter. Versteh das. Versteh! Ja, einer muss es ja tun. Versteh ich es auch! Okay. Leute, was ist denn los mit euch? Welchen geldgeiler Spaß, wir sagen, wir machen das hier nicht aus Spaß. Aber wir kommen ja kein Geld, deswegen machen wir so Spaß. Den Schluss lassen wir dir nie wieder frinken. So viel zum, 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 zur Antwort gestern von dir. Warte, das ist ja doch Spaß, Leute. Verstehen uns doch. Alter, was ist denn los mit euch? Warum wollt ihr uns weiter beim Zocken zuschauen? Ich mein's, ich freu mich drüber, aber... Hab dir nix zu tun morgen oder so. Warum, Alter? Jetzt... Kritisiere doch nicht die Menschen, die uns beim Zocken zugucken. Nein, ich freu mich ja voll drüber. Die merk ich schon. Äh, könnt ihr nicht alle beabschalten, dass ich perde gehen kann? Nein, das sind so diese... Kennst du nicht diese Anmachsprüche, wo du so... ...eine negative...